Neosave und Neosave Mini Kupferspirale Vorbereitung und Einführung Vorbereitung Legen Sie das benötigte Instrumentarium in der richtigen Reihenfolge auf einem sterilen Untergrund bereit. Beruhigen Sie die Frau und beschreiben Sie ihr die Handlungen während des Einsetzens. Bitten Sie die Frau, ihr Becken nach Möglichkeit zu entspannen. Verwenden Sie Beinstützen oder ein Keilkissen, um das Becken ein wenig zu kippen. Bestimmen Sie mit Hilfe einer vaginalen Untersuchung die Lage und Größe des Uterus. Bitten Sie die Frau, tief auszuatmen und den Beckenboden zu entspannen und führen Sie dann das Spekulum ein. Achten Sie darauf, dass Sie die Portio gut sehen können und reinigen Sie diese je nach Bedarf mit einem Stück Gase. Stabilisieren Sie den Uterus, indem Sie die Vorderlippe der Portio mit einer Kugelzange anhaken. Nun bitten Sie die Frau zu husten, sodass sie das Anhaken weniger stark spürt. Wenn sich der Uterus in Retroflexion befindet, ist es unter Umständen besser, die hintere Lippe der Portio anzuhaken. Strecken Sie den Gebärmutterhals durch leichten Zug mit der Kugelzange. Bestimmen Sie mit Hilfe einer Uterussonde die Länge und Richtung des Uterus, bevor Sie die Verpackung öffnen. Wenn das Sondieren nicht gelingt oder schwierig ist, sollten Sie die Frau an einen Gynäkologen verweisen. Einführung Die Spirale wird mit einem Einführungsrohr und einem Kolben geliefert, sodass sie sich auf einfache Weise in die Gebärmutter einführen lässt. Schritt 1 Vorbereitung Die sterile Verpackung öffnen Die Nylonfäden in die Hand nehmen und vorsichtig an den Nylonfäden ziehen, sodass sich die Arme der Spirale zusammenfalten und in das Einführungsrohr gleiten. Dadurch liegen die Enden der Arme kurz über der Öffnung des Einführungsrohres gegeneinander an. Den unteren Rand des blauen Rings auf die gemessene Uteruslänge einstellen. Stellen Sie sicher, dass die Breitseite des Rings in dieselbe Richtung zeigt, in der sich die Arme im Uterus öffnen. Halten Sie die Nylonfäden mit Ihrer Hand fest und schieben Sie den weißen Kolben vorsichtig bis zur Spirale in das Einführungsrohr. Die Spirale ist nun bereit zum Einsetzen. Schritt 2 Einsetzen Den Uterus mit der Kugelzange strecken. Das Einführungsrohr mit dem weißen Kolben vorsichtig in die Gebärmutterhöhle einführen. Der blaue Ring berührt nun den Gebärmuttermund. Die Kugelzange auf dem Spekulum ablegen, den Handgriff des weißen Kolbens mit Daumen und Zeigefinger gut festhalten und das Einführungsrohr bis an den Anfang des gerippten Teils am Kolben zurückziehen. Nun entfalten sich die horizontalen Arme im Uterus. Beachten Sie, dass der Abstand zwischen dem blauen Ring und dem Gebärmuttermund jetzt etwa 1,5 cm beträgt. Schieben Sie das Einführungsrohr zusammen mit dem Kolben erneut nach oben, bis der blaue Ring wieder die Portion berührt. Die Spirale liegt nun in der korrekten Position. Halten Sie den Handgriff des Kolbens fest und ziehen Sie das Einführungsrohr bis zum Handgriff zurück. Die Spirale liegt jetzt frei in der Gebärmutter. Schritt 3 Abschluss Entfernen Sie zunächst den weißen Kolben und dann das Einführungsrohr mit einer leichten Drehbewegung. Schneiden Sie die Nylonfäden bis auf etwa 3 cm vor dem Gebärmuttermund ab. Entfernen Sie schließlich die Kugelzange und das Spekulum und geben Sie der Frau eine Damenbinde. Nach dem Einsetzen der Spirale ist der Zeitraum der Empfängnisverhütung 5 Jahre. Entfernen – Auswechseln der Spirale Die Spirale lässt sich mühelos entfernen, indem man mit einer kleinen Zange an den Fäden zieht. Falls erwünscht, kann auch direkt eine neue Spirale eingesetzt werden. Wenn die E-Toth doch nicht festhalten, dann wird sie wieder mit einer kleinen Zange ausgeliefert. Was ist die in dieser Zeitraum für die sie zu den certainsisten ví Sie werden wirklich ein collisions her erledigt. Vielen Dank.